Liebe SBN-Zuschauer, wir waren am 19.12. in der Ankerstube im Wipfel zu essen und wir haben uns noch mal richtig gut gehen lassen und richtig verwöhnen lassen. So, das ist also der Karpfen hier in der Ankerstube, das sieht echt lecker aus. Der Salat habe ich leider schon aufgegessen, aber das sieht echt lecker aus. So, das ist also der Zander mit Weißweinsauce und das sieht doch gut aus, mein Gott, sieht das gut aus. Ja, guck mal hin, die Zorte, das kriegst du mal gern. Also, ich habe schon lange keinen so guten Karpfen mehr gegessen, wie da in der Ankerstube im Wipfel, also alle Achtung. Also, wenn ihr nicht wisst, wohin, Ankerstube im Wipfel, auch melden, aber vorher. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den richtigen Sender gefunden.